Wunderlos gesprungen Oh, das ist so süß! Der Einer hat nen Hut auf! Ähm, ich hab zuerst gedrückt Okay, wir fallen ihn Stimmt, wir sind zwar schlecht So So Hm, was haben wir gekriegt? Elektroschlag Stufe 1 Den haben wir doch auch schon Den haben wir doch auch schon Hm Hm Ähm, Karte Ja, ähm, hier jetzt irgendwo Quasi Müsste der Dünger sein Nochmal umschauen, dass ich den jetzt nicht übersehen hab Oh, nicht gut Ich hab nicht mehr viel Leben Ich hab nur noch einen Heil tragen, das ist gar nicht gut So So, stirb! Aua! Danke Danke! Ach, unsere Kampfbilanz ist wahrscheinlich immer grauenhaft Ach, unsere Kampfbilanz ist wahrscheinlich immer grauenhaft So Einmal elegant dran vorbei gesprintet Ah Da ist nochmal Dünger Ach ne, den hatte ich schon Gut Gut Dann Ähm, hier ist ein Pilz Ein Nachtpilz Oh, so spät haben wir schon Ähm Ich guck nochmal ganz kurz Wo jetzt das letzte Ding ist So, wir müssen jetzt hier den Weg hoch wieder No, da wär ich nicht weggekommen Deshalb muss ich kämpfen Auch wenn mir das nicht gefällt Oh Mann Das klingt quasi gar nichts Oh Noch mehr von den Viechern Ähm, warte mal, ich hab doch irgendwo, ähm Warte mal, RB Wie? Mitaga A gift of life A gift of life Pray for the dead Ich drück blocken Ich drück blocken, aber ich bin gar nicht teilweise Komm, eins lachen Komm, eins lachen Sehr gut Ist aber auch ein bisschen fies wie er so Seit mal einfach dich Kannst du bitte geschockt sein Feuer. Wieder drauf prügeln. Also ich muss sagen, mehrere Gegner sind echt unfair alleine. Ähm, Karte? Das war knapp, wenn ich ganz ehrlich bin. Und zwar so richtig. So, und jetzt muss ich hier in das Gebiet. Ich sammle mal eben den Pilz ein. So, und hier irgendwo müssen diese Dinger sein. Eins relativ weit oben und eins hier ganz in der Ecke. Ey, wenn ich die Karte nicht hätte, ne? Also, das, das... Ach, Himmel, geh weg. Oh, du Dinger erhalten. Das muss irgendwo hier vorne noch welcher sein. Ja, hier ist er. Jetzt habe ich allen Dünger. Jetzt muss ich den Typen nur wieder finden. Erst mal hier weglaufen. Aber hier ist er ja schon. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Geh weg. Danke. So. Und jetzt muss ich die Karte befinden. Ich bin auf dem June, die du in der Spitze Was ist das? Ich bin auf dem Fertilizär. Das ist nicht. Ich bin habe bei mir klaren. Ich habe das, was du zu fragen. Jetzt sage ich, was du bist. Ich bin der Mann und Kraut, der ich sage, was du verlieren kannst. Aber glaube ich. Ich bin so, du will. Er ist schon Das ist das, was ich möchte. Jetzt ist die Zeit. Sie braucht die Wahrheit zu erzählen. Plain und einfach, mit kein Zucker-Coding. Ich denke, es wird für die Besten. In der Zeit, zumindest für die Besten. Für die Besten, oder? Um, erzähl mir. Wenn du sagst, dass es für die Besten wäre, würdest du sagen, dass es für die Besten wäre für Sorala? Oder sprachst du dich selbst? Was meinst du? Warum ist Sorala, natürlich? Sie ist eine starke Frau. Wenn du mich fragen willst, sie wird viel besser ohne ihren alten Mann, den Bergen. Ja, sie wird weitergehen, stehen auf ihren eigenen Fuß, und leben ihre eigene Leben. Okay. Na diesem Fall, ich erzähle sie. Du wirklich machst das? Ich würde mich auf einen Strang zu holen. Vielleicht ein Strang ist genau, von der sie muss es hören. Hm. Du kannst es richtig sein. Sehr gut. Ich lasse es in deine Hände. Das Fertilizer, die du collectiert hast, war Kohl, die du gefunden hast. Also, warum nicht du sie nach Sorala, als ich immer sagen? Oh, und eine andere Sache. Gib sie ein Messer von Kohl. Du sprachst mit ihm? Ja, kurz bevor er in meine Hände zu sterben. Die letzte Sache, die er sagte, war, dig nach der Blumen. Du sagst ihm das, in diesen exakten Worten. Gut. Dann haben wir das jetzt hier auch, äh, abgeschlossen. Ohhhh. Diese Viecher, ne? Ich... kalte Kotzen. Ganz im Ernst. Ja, ich werde eh gleich noch zwei andere da, es ist kack, egal was ich mache. Ja, da sind sie schon. Und ich kann's nicht aufhalten! 3.000.000 Viecher, ey, das ist nicht der ganze Wert! Und nebenbei schwirrt das einige ganze Zeit um mich rum. Oh, das Löwe hat einen Preis, na dann! Gut, dass sie mir das gesagt hat! Oh, oh! Ähm... Natürlich soll, dass wir jetzt keine Punkte mehr haben! Ich brauch' ja zwei zum Teleportieren oder so! 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 Oh, das scheiß Viech! Danke! Oh, D-Wall und D-Protest, ich bin begeistert! So, ähm... Was willst du? Ich frag mich, wie die betrieben werden! Oh, unter uns! Nein, 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 nein! Das muss jetzt nicht schon wieder sein! Ich hab' das Gefühl, die wollen mich durch die Ruhe lassen! Ich will doch nur hier raus! Naja, ich muss jetzt hier wieder raus, hier unten entlang und zu dem Campus! Und das reicht dann auch fürs Erste! Lass mich da vorbei! So! Kann ich das hier auch mitnehmen? Lass mich wieder vorbei! Lass mich vorbei! Ich hab' keinen Bock mehr zu kämpfen, ganz ehrlich! Das ist so nervig! Ich werd' das erst mal stehen! So! Regenerieren lassen! So, an den Teilen vorbei! So, wieder regenerieren lassen! Gucken, dass ich auf dem richtigen Weg bin! Ich bin auf dem richtigen Weg! Gut! Ich denke immer, dass ich in einer Stunde da bin! So, weiter rennen! Da ist noch ein leuchtender Pilz! Ah! Scheiß auf dem Pilz! Hi! So! Wo muss ich hin? Oh, es ist so weit weg! Keine Ahnung, was das ist, aber es sieht groß aus! Ja, genau das ging, dass ich nicht kämpfen möchte! Wie weit ist es noch? Nicht mehr weit! So! Zäune sind praktisch in diesem Spiel! Ähm... Ich will hier nur noch hin! Ah, falsche Taste! So! Na, als allererstes... Ähm... Jetzt sag nicht... Ach, die ist nur bis 21 Uhr hier! Na toll! Gut! Ne, ich wollte jetzt eigentlich mit... Chantal reden! Wir schauen uns mal. Ah! Oh... Ah! Ja... Er macht viel besser! Er ist gesund genug, dass er sich verraten ist. Er ist auf der Weg zur vollen Rehabilitation. Aber du musst ihn aufhören, für ein paar Mal. Ah! Ich muss sagen... Er ist wirklich ein sehr schönes Speciem. Ich habe 100 Jahre vorgebracht, um die Chocobos zu beschäftigen. Und ich fühle mich, dass es sich alle vorbereiteten mich für diesen Moment. Danke! Keine Ursache! Weißerhalten! KükenWeißerhalten. Kükenweißerhalten.